Achtung, Achtung! Dieses Video enthält Spoiler. Sollten Sie keine Spoiler wollen, bitte schalten Sie dieses Video ab. Ich wiederhole, bitte schalten Sie dieses Video ab. Es besteht Spoiler-Gefahr. Andernfalls wünschen wir Ihnen viel Spaß bei diesem Video. Gut, dann widmen wir uns zunächst erstmal dem... Dead Ending! Auf geht's! Das nehme ich jetzt wieder mit Fraps auf und ich bin im Livestream-Broadcast, daher sollte die Qualität um Ecken besser sein. So. Äh, so widmen wir uns erstmal im Bad Ending. Ich weiß, dass Agrippa dich überzeugt hat, dass du ein paar Fehler verletzt hast. Ich weiß, dass Agrippa dich überzeugt, dass du ein paar Fehler verletzt hast. Sag mal, ist alles schön und klar? Jetzt bin ich jetzt der Willi. Gut und Ecke. So komfortvolle Konzepte, aber hartlich verwendet. So komfortvolle Konzepte, dass du nicht so komfortvolle Konzepte in mir oder so komfortvolle Konzepte in Agrippa hast. Ja, das böse Ending ist eigentlich das Einfachste, was man sich jetzt hier aufbauen kann, weil man schlicht und ergreifend nichts tun muss. So weit ich weiß. Ihn einfach machen lassen. Wuppdi do wuppdi. Kann man das anfassen? Ja. Tut weh. Gugel. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so spannend. Man könnte in dieser Zeit ja über die barocken und ägyptischen Einflüsse reden, die hier in dieses Schloss mit eingeflossen sind, im inneren Heiligturm und der gesamten Schlosskultur, aber ich bin kein Architekt und ich will hier auch nicht rumtetten. Ich hab immer noch eine Zuhördase, weil ich leid verstopft bin. Also macht euch nichts draus, wenn ich etwas komisch klinge. So lange kann das Aktual doch gar nicht dauern. Wie viel Zeit geben die einem, um ein Ending darauf zu spüren. Ah, die Steine ziehen sich manchmal schneller. Wuppdi do wuppdi do wuppdi do. Lassen wir ihn einfach mal machen. Kann hier irgendwie helfen, ey. Ey, das ist Opa. Wie doch nicht. Mit deinen Bildern siehst du. Oh. 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 Oh, das war nicht. Ich kann von letztendlich zurückkommen. Oh. Oh. Ja, dann mach mal hinne hier. Du Sau, du hast uns verarscht! Nein! Du bist Kerl! Was nun? Oh mein Gott! Nein! Die Schatten! Ah! Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ah! Nein! Oh mein Gott, wir sind tot! Oh mein Gott! Ah! Für immer! Gut! Böses Ende gesehen! Wunderschön! Den Plog erspare... Den Abspann erspare ich euch jetzt! Und dann widmen wir uns... Ja! Ist... Ist mir bekannt! So! Dann sehen wir uns gleich wieder! Fürs nächste Ending! So! Wir widmen uns dem nächsten Ende! Das... Good Ending! So! Ich habe mir erlaubt, einfach mal ein bisschen zu warten, bis er das Portal fast offen hat! Oh! Ich habe mir das tolle... Ah! Oh! Ich tatsche mal... Silver dagegen! Tut mir weh! Ich darf nicht durch! Aber wir haben doch jemanden, den wir durchwerfen können! Agrabah! So! Ja! poisoned! Okay, das ist nämlich das nächste Ende, das, ja, ich bin doch gar nicht sicher, wie ich es nennen werde. Oh, jetzt ist es los. Und ich darf wirklich nicht los. Gut, dann, hey da. Du blöde Alter, jetzt hast du es. Ja, stirb. So, jetzt habe ich nur ein Problem. Das wird auch wir. Oh nein, ich wurde auch getötet. 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 Ja, eigentlich sollte es mal bei Dialog kommen. Oh nein, ich wurde auch getötet. Oh nein, ich wurde auch getötet. Oh nein, ich wurde auch getötet. Ach, sieh an, ich muss mich wohl darauf zu bewegen. Ja, gut, das ist... Da ist er. So, ja, das waren all drei mir bekannten Endings. Ich denke mal, das letzte, was wir gesehen haben, wird das gute Ende gewesen sein. Das, was ich im Livestream erspielt habe, dürfte das Rache-Ende gewesen sein. Das war... ja, Mittelgut, sage ich jetzt mal. Wir haben, äh... Alexander aufgehalten und zwar habe aber Agrippa nicht geholfen. Nicht so, wie ich es vorgehabt hätte. Und jetzt haben wir Agrippa geholfen und dafür hilft er uns. Mit Hilfe von Wire. Dem guten, lieben Wire. Ja, und Ende betrifft es ganz gut. Ich hoffe, ihr denkt an die Ankündigung, die ich im letzten Livestream-Video gemacht habe. Und dann geht es bald los mit Legend of Cain Defiance. Tschüss, Leute. So, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es was getan hat, vergesst nicht zu kommentieren, zu abonnieren und positiv zu bewerten. Danke fürs Zusehen.